In einem anderen Video haben wir dir unser Single Mesh Tent vorgestellt. Aber was ist, wenn es mal zu regnen anfängt? Dafür gibt es unser Tarp Wing 2LT. Ein ultra leichtes, hochreißfestes Ein-Personen-Tarp aus 20D Nylon 6 Ripstop Z, einem silikonbeschichteten Polyamid. Das Tarp Wing 2LT ist perfekt auf das Single Mesh Tent zugeschnitten und verfügt über 8 Abspannpunkte. Zum Aufstellen nutzt du zum Beispiel deine Wanderstöcke oder andere individuelle Befestigungsmöglichkeiten in deiner Umgebung. Wenn du ein echter Purist bist und nur die absolut notwendigste Ausrüstung dabei haben willst, reicht dir das Tarp Wing 2 natürlich auch alleine als Schutz vor Wind und Wetter. Das Tarp Wing 2 wird in einem Packbeutel ausgeliefert. Die reflektierenden Abspannleinen haben wir dir hier auch schon dazu gepackt. Bist du bereit für das Outdoor-Erlebnis?